Dankeschön. Ruhe! Wir räumen alles, wir räumen total. Jede Straße, jeden Platz und auch diesen Saal. Wir heulen in die Goschen, denn jeder wird vertroschen. Wählen Sie den Notruf, das kostet keinen Groschen. Wenn Sie eins drehen, drei, dann kommt die Polizei. Hallo, Eichhörnchen, melden Sie Ihnen was. Was ist da? Zur Stelle, wir räumen jetzt den Saal. Das Konzert ist abgebrochen. Denn so geht das nie. Benehmen Sie sich Ihnen. Was glauben Sie, wenn Sie Vorsicht haben? Da gibt es nur eins. Wir rufen einen Supersherriff auf die Bühne. Nur einer kann helfen. Das Konzert ist nicht so, dass Sie 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 nicht so, Musik Becken ist gut Fragten schießt gut Lederhandschuh, Schnurrfacht Einstern extra halt Fahrzeugkontrolle Der Gehör Auf die Bolle, flach wie Stollen Schau wie sie rennen, sie rennen, sie rennen Auf die Bolle, flach wie Stollen Schau wie sie rennen, sie rennen, sie rennen Auf die Bolle, flach wie Stollen 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 Bolle, flach wie Stollen Guten Abend, Dankeschön Schau wie Stollen Schau wie Stollen